27.01.2024 Techno District, das neue Event im Kulturwerk in Erfurt. Heute stellen wir euch den Melodic Floor vor und danach gibt es auch noch ein Promoset von ein und mir, Rafa Silessia. Ja mein Guder, bist du bereit? Ich bin bereit. Hab schön was dabei, knackig und melodisch. Genau, so sieht es aus. Ihr habt ja schon den Gesamtflyer schon einmal gesehen bei der Gesamtvorstellung des Events. Ich zeige Ihnen nochmal Techno District, großes Event auf drei Floors im Kulturwerk in Erfurt. Wir haben ein Hard Techno Floor, wir haben ein Techno Floor, vorwärts schön, und wir haben ein Melodic Floor. Und auf dem Melodic Floor, den ihr hier seht, spielen wir gemeinsam mit Dorei Alkan und Arrakis. Arrakis, richtig, Arrakis. Und zu den Künstlerinnen und Künstlern wollen wir euch vorab etwas erzählen und die euch näher bringen. Starten wir mit den Ladies, Ladies first. Ja, Nuray Alkan. Nuray Alkan, eine bekannte DJ hier aus unserer Region, aus Gütersloh. Er legt regelmäßig im Fusion Club auf. Auch Techno, ja, von daher wird sie auf der Party eher techiger sein, vielleicht etwas techiger als wir. Ja, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Aber wir wollen ja auch einen Aufbau haben, von daher passt das. Richtig. Ansonsten ist die Dame auch bekannt für sehr gute House-Music-Sets, auch Vinyl, mal gucken, vielleicht wird sie auch ein bisschen Vinyl spielen. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, was sie im Gepäck hat, ne? Genau, eine gestandene DJ aus Gütersloh und darauf freuen wir uns, wie ihr hier seht, hier auf Festivals immer wieder unterwegs, wo sie spielt oder auch zu Gast ist. Wie gesagt, auch viel in Münster. Daneben haben wir noch einen Kollegen, Ayem Arrakis, beziehungsweise Arrakis. Das ist ein Kollege von dir. Richtig, das ist ein Kollege von mir, mit dem habe ich vor zehn Jahren ungefähr kennengelernt, habe ein bisschen unterstützt beim Produzieren, wie man das so anfängt, das Ganze. Und ja, der hat sich sehr gemacht, der junge Mann. Ein sehr, sehr aufstrebendes Talent, würde ich mal sagen, hat ein eigenes Label Eternal Arts. Da geht es so eher so Downtempo und Organic House. Der wird auch live für uns spielen und ja, ich bin sehr, sehr froh, ihn bei uns begrüßen zu dürfen, weil ich ihn auch das allererste Mal sehe, ganz in live, nach zehn Jahren, die wir uns schon kennen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mega. So, daneben, der Mann, der neben mir steht, ein... Ja, das bin ich. Ja, da bist du, ne? Das ist halt mein neues Projekt, das habe ich gestartet vor circa zwei Monaten. Da geht es eher so die Richtung halt Melodic Techno und Progressive House und ein bisschen Tech House auch. Und ja, lasst euch überraschen, also ich habe richtig was im Paket. Genau, der Mann, der produziert momentan sehr, sehr viel. Du hast ja schon einiges an Produktionen auch vorbereitet. Bald geht es mit den Releases los. Richtig, aber also ungefähr, ich würde sagen, 23 fertige Tracks zu Hause legen und ja, ein bisschen kommt jetzt auch schon was raus. Jetzt im Dezember, im November kommt auch ein bisschen was raus. Also da kommt eher so Piano House. Das kommt dann unter Matthias Hoffmann und ja, im neuen Jahr gleich gibt es auch einen Release auf Vinyl. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Lasst euch überraschen. Tja, ihr Lieben, und lasst bald noch dies noch meine Wenigkeit. Treffer, sie lässt ja, ja, Chef der Multimodal hier, das, was ihr gerade seht, ist mein Projekt. Ja, was würdest du sagen zu mir? Ja, wunderbar, ne? Das ist doch ein professioneller junger Mann, würde ich sagen. Ja, so sieht's aus. Also ich meine, Stile sind von eigentlich Deep House bis Techno quasi alles. Ja, alles, ne? Weil ich schon sehr lange DJ bin, auch 20 Jahre, ähnlich wie du, auch schon sehr lange. Also ich spiele natürlich auch gerne alles, also ich spiele eigentlich alles, was mir gefällt, halt gerne, ne? Also da ist die Richtung nicht mal unbedingt ausschlaggebend. Genau, also momentan mag ich aber sehr, sehr gerne diesen neuen melodischen Sound, progressiven Sound. Hoch, ihr seht es hier schon am T-Shirt, Afterlife, das wird es natürlich relativ viel geben. Afterlife-Sound, das heißt, wenn wir über Melodik sprechen, sprechen wir vorher am Anfang über Afterlife, Anjuna, Colorize, alles Labels, die melodisch sind und dann bauen wir das Ganze auf. Ich denke auch später nur in Richtung 1605, das Label von Umec oder Craftech, Renaissance und so weiter. Ja, also es wird melodisch von zärter bis härter, sag ich mal. Von zart bis hart ist alles dabei. Genau, so ihr Lieben, und jetzt geben wir euch einen Eindruck davon, was auch auf unserem Floor los sein wird. Musikalisch einerseits, aber andererseits, wir machen natürlich auch Visuals auf unserem Floor, wollen wir natürlich auch machen. In der Church, kleinster Floor, aber wird fein, auch mit Visuals und einen Eindruck davon werden wir euch jetzt auch im Promoset geben. Lasst uns das Ganze starten, viel Spaß dabei. Viel Spaß. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018